Südtirols Jugend wird wieder kreativ. Im dritten Jahr des Design-Wettbewerbs My Fair Trend T-Shirt der Caritas stehen Themen im Vordergrund, die die Jugendlichen besonders beschäftigen. Beim Wettbewerb geht es darum, dass Jugendliche können durch ein T-Shirt eine Message senden zu einem Thema, das sie bewegt. Der Slogan ist, zieh andere Menschen mit deinem T-Shirt an, setze Zeichen, lasche ein Senior. Das heißt, für uns als Operation Day Work ist es natürlich sehr wichtig zu kombinieren, Informationsarbeit, Bewusstseinsbildung und Aktion. Und bei diesem Wettbewerb können die Schüler und die Jugendlichen sozusagen ein Thema, das sie beschäftigt, anderen Menschen näher bringen. Die T-Shirts sind in den Weltläden erhältlich und wir als Weltläden klarerweise möchten die Bewusstseinsbildung in Bezug auf fairen Handel stark fördern und dieses Thema den Jugendlichen näher bringen, dass sie sich damit auch beschäftigen können. Jugendliche haben durchaus etwas zu sagen, Jugendliche sind aktiv. Bei der Caritas ist es ein Anliegen, ihnen eine Möglichkeit zu bieten, aktiv mitzugestalten und deshalb auch diese Aktion. Galt es in den beiden vergangenen Jahren Taschen zu entwerfen, tragen nun T-Shirts die Botschaften rund ums Thema Jugendaktivismus. Diese werden von einer Jury bestehend aus Schülern und Designern bewertet. Hin zu einer Art und Weise die Mode mit vertretbaren, mit recycelbaren Materialien zu machen und damit auch sich in einen anderen Bereich zu begeben, der für die Jugendlichen einfach interessant ist. Bis Juni werden die Gewinner ermittelt, deren T-Shirts gedruckt und in den Weltläden verkauft werden. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.